Also ich hoffe mal nicht, dass ihr uns direkt erwischt. Und was studiert ihr hier? Bladir. Scene F. Good morning. Nice to meet you. Guys, ich befinde mich heute hier bei der Uni von La Laguna. Ich bin schon verkleidet, ich habe meinen Rucksack dabei. Und zwar gehe ich da heute rein, undercover als Austauschstudent aus Köln. Und dann gucke ich, was passiert. Also ich hoffe mal nicht, dass wir uns direkt erwischen. Hola. Wir gehen hier einmal kurz durch die Uni. Vielleicht schaffen wir es auch noch, uns in eine Vorlesung zu schleichen. Da bin ich gespannt auf jeden Fall. Hola. Hola. Das sind auch schon Studentinnen aus Spanien. Aber ich frage mich, was es hier eigentlich zu sehen gibt. Hola. Hola. Wow. Sieht schon geil aus. Wow. Eine uralte IBM Schreibmaschine von 1996. Absolut antik. Wo ist das? Ein Mikrofilmprojektor. Von 1940. Hier sind auf jeden Fall auch Toiletten. Falls jemand kacken muss. Oder auch nicht. Jetzt gehe ich nochmal hoch und gucke mal was es oben gibt. Also wie gesagt, das ist ja nicht die ganze Uni. Also wer sich ein bisschen damit auskennt. In der Universität ist ja verschiedene Fakultäten unterteilt. Und da wo ich jetzt bin, ist glaube ich so ein Generalgebäude. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ach krass, da gibt es auch noch irgendwas. Wow, Alter, so ein Innengarten hier. Absolut verrückt. Mit Palmen und so. So lässt es sich doch gern studieren. Oder? Crazy, Alter. Wow, die haben hier so einen übelst geilen Schnitz. Einen Schnitzadler gemacht. Hallo. Hallo. Du bist hier ein Studierende? Ja. Ja? Ja. Du sprachst Englisch? Ja. Nein? Ja. Du sprachst Englisch? Ja. Was studierst du hier? Wie ist das hier? Ich bin ein Sprache. Was? Ein Sprache. Ein Sprache. Ein Sprache für die Kinder. Die Kinder. Für die Kinder. Ich bin vier Jahre alt. Nein, ich bin fünf Jahre alt. Oh, fünf Jahre alt. Ein Kindergarten. Ein Kindergarten. Ja. 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 Aber es ist wirklich schwierig, oder nicht? Nein. Es ist sehr schwierig, aber diese Kinder sind sehr klein. Ja. Und wirklich stressvoll, oder? Ja. Ja. Und wichtig. Ja. Ja. Das ist der erste Kontakt mit dem Mannen. Ja. 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 Und du hast sechs Kindergarten? Ja. 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 Es gibt keine Leute aus Venezuela, die Studierenden hier, nicht? Ja, da sind wir hier, aber... Okay, ich gehe weiter. Schön, dich zu treffen. Tschüss. 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 Ich glaube, das Gebäude ist nicht so groß. Aber wir wollen ja noch in eine Vorlesung rein. Deswegen müssen wir jemanden fragen, der sich damit auskennt. Hola, du sprichst englisch? Ja, jeden Tag. Und welche Lehren sind jetzt? Wir wollen es hören, aber ich weiß nicht, ob wir es können. Warum? Ist es verbunden? Weil es gibt einige Regeln. Ich brauche eine Verwaltung. Ja, sicher. Du kannst auch... ...informationen. Ja. Es ist auf der anderen Seite. Du kannst du eine Art und schreif. Du kannst du eine Art und schreif. Du kannst du eine Art und schreif. Ja. Du kannst du eine Art und schreif. Du kannst du eine Art und schreif. Du kannst du eine Antwort auf den Punkt finden. Und was bist du studierst? Ich studieriere, um zu sein Lehrerin. Aha, für die Kinder? Nein. Für die Kinder? Ich weiß nicht, wie ich... Teenager. Wie bist du? Andrea. Ich bin Vladi. Vladi. Ich bin aus Deutschland. Ah, gut. Aber meine Genetik ist ein bisschen Russisch und ein bisschen Deutsch. Du sprichst jetzt in Spanisch. Als ich mich schon gemacht habe. Ein bisschen. Ein bisschen. Boco und Boco. Die hat gesagt, wir sollten doch mal nachfragen, ob wir irgendwo filmen dürfen. Scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach. Jetzt bin ich schon zu tief drinnen hier in dem Game. Ah, okay. Wir sind drinnen. Hola. Hola. Ah, perfekt. Wir müssen da entlang. Jetzt hängt wie keiner hier. Hola. Do you speak English? Ein bisschen. Mehr oder weniger. Ich möchte in eine Lehre und es filmen. Ist es möglich? Ah, nur... Ja, die Universität. Ich möchte eine Lehre. Und welche Lehre haben Sie hier? Und wenn sie hier starten? Ich bin nicht hier studiert. Ich denke, das ist unmöglich. Wenn ich es unter dem Cover mache? Nein? Nein, ich denke, das ist unmöglich. Aber das ist eine private Universität? Nein. Es ist öffentliche. Aber man kann nicht die Menschen in der Lehre referieren. Ah, okay. Okay, Guys. Der hat gesagt, ich darf hier überhaupt nicht filmen, Alter. Ich will noch ein paar Studenten fragen, wie das Studieren hier so ist. Alles klar, Geist. Ich habe jetzt Leute gefunden, die bereit sind, mit mir darüber zu sprechen, wie das Studentenleben hier in La Laguna ist. Das ist Diego, Adara und Paula. Ja. Meine erste Frage ist, warum haben Sie entschieden, die Universität zu gehen und nicht einen normalen Job machen? Ich möchte etwas machen, mit der Bildung. Wir studieren in Pedagogia. Ich weiß nicht das Wort in Englisch, aber Pedagogia oder so. Und das ist der Grund. Und warum? Weil, wenn ich in etwas mit der Bildung arbeiten möchte, muss ich eine Universität studieren. Ich habe nicht zu viele Optionen, um es zu tun zu tun. Ich verstehe. Also ist eine Studie hart? Es ist nicht hart. Ich sage wahrscheinlich nicht hart. Aber man muss einen Erfolg machen, wenn man das Jahr überprüfen möchte. Was ist deine größte Motivation? Was ist es für jeden Morgen, um zu stehen, um zu Universität zu gehen? Mein Morgen. Mein Vater. Ihr Vater? Ja. Mein Morgen. Für mich auch. Du meinst, dass du nach einer Studie gut bezahlen wirst, oder? Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Es ist ähnlich wie die Menschen in Deutschland studieren, wegen des Geldes. Ja. Ich verstehe. Aber wir haben auch eine Art Studie, dass wenn du fertig bist, du nichts davon bekommst. Ja. Hier auch. Hier auch. Hier auch. In Deutschland ist es wie, wenn du studierst, du kriegst Geld aus der Regierung. Ja. Hier auch? Hier auch. Hier auch. Dieses ist eine Hilfe von der Regierung zu studieren. Wenn du zu viel Geld hast, oder wenn du dein Eltern nicht arbeiten hast, dann der Regierung helfen kannst du studieren. Du musst de unser Studierst, nicht wahr? Ja, man muss ein Studium geben und man kann nicht verlieren, in diesem Fall, in unserer Karriere sind es zwei Signatures, aber in anderen Karriere sind es unterschiedlich. In der Karriere ist es schwieriger, man kann mehr Signatures folgen. Was sind die Partys hier? In Deutschland gibt es viele Partys, besonders für Studenten. Du hast in Tenerife viel Platz, in der Südde der Land mehr als hier, aber hier in der Quadrilatero, in La Laguna, da sind viele Klubs und die Studenten Party sind hier, in Santa Cruz, in El Sur. Wir haben verschiedene Songs. La Laguna ist die Stadt der Studenten, in Tenerife. Tenerife ist nicht größer als Coben, aber die Universität der La Laguna, die Stadt der La Laguna, die Universität der Stadt. Das ist so. Also würdest du an die Leute aus der Straße kommen und hier studieren? Ja, sicher. Ja, weil das Wetter, oder? Das Wetter ist immer gut. Nicht nur das Wetter, sondern die Leute. Ja, es ist besser. Es ist so komfort. Ja. Ich denke, das ist eine gute Option, wenn du ein Jahr aus der Konferenz zu studieren willst, oder so, wie das. Tenerife ist ein guter Ort für die Wahl. Ja, ich denke so. Was ist deine Passion in dein Leben, Leute? Fußball. Fußball? Nein, ich weiß nicht. Party. Ich weiß nicht. Party, Fußball. Ich weiß nicht. Es ist Alkohol. Und Drugs. Welche Drugs? Cannabis, Marihuana? Nein. Tabak. Nur Tabak. Nur Tabak? Ja, ja. Hier, in der Universität, nur Tabak. Aber, nein, du liefst mir. Weil, wenn ich in der Universität ging, da gab es einige Leute, und ich brachte, dass sie ein glasen? Vielleicht. Aber es ist kein Problem hier. Nein? Nein. Okay. Und du warst ein Gwanche? Nein. Nein? Nein. Mein Tabak war ein Gwanche. Es ist wie viele, viele Jahre, die Gwanche. Die Gwanche sind die alten Menschen von der Eisland. Wenn nichts hier ist, sie leben in der Gwanche. Aber jetzt, nein. Aber sie sind nicht deine Ancestoren? Ja. Ja. In dieser Weise, ja. Ah, okay. Sie sind unsere Ancestoren. All of us have Gwanche's Ancestoren, but they are not living right now, obviously. Nein, I understand. Hi. Nice to meet you. Come to La Luna, study a lot, and be happy. That's what I have to say. Alright. Ihr habt's gehört. Ist ziemlich nice hier. Guckt euch die Palmen an. Stellt euch vor, ihr studiert hier. Ihr chillt hier so rum in der Pause. Und hier ist einfach so übertriebenes geiles Wetter. So Palmen. Alter. Richtig geil. Die Sonne. Also wenn ihr euch noch entscheiden könnt, macht auf jeden Fall ein Auslandssemester hier. Das Video endet hier. Doch das nächste kommt schon bald. Bye. See you in the next one. Peace. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Vielen Dank.